von endermann er kann doch irgendwas mal irgendwo wohnt centus aber ich weiß jetzt nicht wo genau das wo das war weil dann dahinten kannst du auf jeden fall runter buddeln hier war doch mein gang oder nicht der eine ja also hier darfst du auf jeden fall nicht weiter nach rechts buddeln ich weiß wo du bist ich sehe dich ja ich will jetzt aber nicht mehr turteln ich will nicht mehr turteln willst du vielleicht mit wtf turteln turteln nein ich glaub das ich glaub das ich glaub das ist ich glaub das ist ich glaub das ist so falsch an der öre weißt du denn ich glaub ich will dich töten nein ich zeig dir erstmal die Augen aber aus jetzt ja und hey wen stört das denn äh mich so eh keiner ja eh keiner genau und auf einmal morgen ein flash an ihren oponenten ja wahrscheinlich ob man jetzt auch gleich so weil dede sich als schwul geaudit hat youtube da hat man einen fehler wahrscheinlich ach dede wir wissen um dein geheimnis du hast wie grad ernsthaft geboxt nein hab ich nicht für seine liebe weg du fällst ja irgendwo runter ich hab auch so n ding sicher sicher ich will hin ok hey warte mal ich darf dann auch noch mal hinterher weißt du das ne mag ich gar nicht ne ich meine irgendwo war der scheiß stuff of trouble in irgendeiner fucking kiste hier ne oder dede hat einfach den genommen der hier in dieser fucking kiste irgendwo hier war ach so dede ha 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 jetzt weiß ich auch wo du den traveller stapel hast das ist eine lüge weißt was ne lüge ist da hinten sind zu viele pigments wieder ja ich würde niemals Sachen klauen würdest du mich nehmen oh btf ja ähm oh jetzt wieder da ähm ähm halt mir das ok das mit den pigments das war ich nicht ich schwöre ganz ehrlich und dann ein flash was ist getan warte kurz warte 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 da oben eben ein kleines Loch rein oh das ist ja warte das ist ja das ist ja ich will die hier leicht decken Oh, ich muss gucken, wie viel Loot ich hab. Vielleicht hier bist du so. Der könnte jetzt sterben, weil der Gwinder wieder funktioniert. Was ist da? Was ist da? Es gibt Ernsthaften? Pass auf. Guck mal in die Truhe rein und guck dir mal das Schild an, was da verzaubert ist. Nein, lass doch mal, lass doch mal drinnen. Ich wollte aber auch drinnen. Ja, das tun wir aushängen, vielleicht kommen wir noch eins. Lass doch WTF, die töten sich. Guck mal, Mr. T. Lass mal schon, die sterben gleich wieder. Ich muss das nachher mal umpuppen in Barrels. Cool, verzaubertes Schild. Ja, lass das mal, das ist geil, ne? Lass das mal drinnen. Bestes Schild, das es gibt. Kann das sein, dass es schon die ganze Zeit regnet? Wie möglich. Können wir mal schlafen gehen? Adrian. Adrian, oh Adrian. Ei. Die Stimme ist einfach. Wow, das hat gerade Rad geleckt bei mir. Ich dachte mir, dass ich das höchstigst in Omoskop, aber nein. Ich kann sagen, hat jeder ausgelockt? Noch so? Ja. Aber das war ja sein Traveller-Star, ne? Ja, ja. Geh doch, hallo. Ups. Ei. Wie gehen wir nochmal diese komischen Kabel hier? Ach, wenn er so ne... Ja, genau. Da brauche ich jetzt mal drei Stück sicherlich. Ach, kackt. Weg. Fwaggwaggd. Und tot. Gede Warslane. Bei WTF. Was ist denn jetzt? Das ist bei den Sachen mit dem Schirm zu stört jetzt. Nein, kannst du nicht. Weil sie auch Explosions-Damage macht, ne? Hallo, warum baust du es zu? Du bist behindert? Wirklich? Du hast gleich deinen Blut. Adrian, das ist mein Blut voll an ächlicher Punkte. Was ist das? woof! cocah das macht gerade irgendwie Spaß. dass ist mein Grab hier oben. Waest es da oben ist? Ja, na. Die Kisten ist zuı fram ilus. Aaaa, Adrian! Dirуг' DC? anda selber deckt. Nein, leckt nicht. Nhhh, steh ich nicht. Kann ich gerade nicht. Bin hier gerade am Craften. Ach so, Flesh, könnt ihr dich treffen. Sorry. Der Regen hat aufgehört. Ja, ist ein guter Zeug, ja ja, 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 ja. Ernsthaft? In meine Richtung gekommen. Ich muss gleich da hinten zum Pulvervisor, du Eierkopf? Ach so. Wo sind meine Items, lol? Der Drop kommt erst mal zehn Jahre später. Rauff! Ich fühle mich grad toll, weiß nicht wieso. Huh! Buh! Bitte schießt mich nicht zum Mord x3 Bitte? Dass du mich nicht fiffst? Du kleiner Ratte! ...Was hast du gerade vor? Lebe ich den jetzt da unten Wirklich vier Rucksäcke? Oh, mein Essen ist auch weg, mir fehlen noch Items. Wir müssen in einem anderen Grabstein gehen. Boah, Adrian! Komm da weg von meinem Grabstein, bitte. Ich muss mal von hier arbeiten. Du stirbst gar nicht noch da, das weißt du, ne? Du kannst davon sterben, das weißt du, oder? Ja, mir fehlen noch Sachen. Ja, ich tue dich. Wir fehlen noch Sachen. Mein Problem. Was fehlt denn? Alles. Was ist denn alles, was fehlt dir denn? Ein Rucksack fehlt mir zum Beispiel. Wer hat WTF den aufgehoben? Ja. Hast du seinen Rucksack? Nope. Doch hab ich. Und mein Essen ist auch. Essen haben wir genug. Da liegt der doch. Für Amber, ne? Essen haben wir ja wohl genug. Boah, das war sogar mein wichtigster. Wo war jetzt das Essen? Weißt du was? Voll lustig ist Flash, guck mal. Warte. Was ist meine kleinen Kinder? Wo warte? Wenn ich da reingehe. Geh da rein. Und wenn ich mich da mit dem R-Siegel nach unten rüste. Ich kenn das. Hoffentlich stirbst du irgendwann da drinnen. Hoffentlich stirbst du irgendwann da drinnen. Bleib. Ich weiß nicht. Das Magic Portals. Oh, Magic. Ey, die sechs Minuten sind schon lange vorbei. Ja, ich weiß. Ich glaub du musst auch mal ins Bett gehen, ne? Mein Grab ploppt grad nicht am Herzen. Ja, ich werd die Aufnahme eh nicht benden. Ich mach einen kurzen Cut hier und ich werd nachher weitermachen. Aber dann... Ich mach das nachher, wenn das ME-System, wenn die Dinger da oben fertig sind. Deswegen, ich mach einen kurzen Cut. Dede weiß ich nicht, was er macht. Bestimmt an sich rumspielen oder so. Und WTF geht jetzt ins Heierchen. Heierbubu. Heierbubu. Mach dir das mal. Ich mach einen kurzen Cut und wir sehen uns nachher, wenn ich das ME-System aufbaue. Alleine. Den haben wir morgen im ME-System. Geil.